Finanzmarktwelt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 21. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel höher, angeführt von den Technologiewerten. Der Light Index S&P 500 stieg um 0,74%, der Dow Jones legte um 0,58% zu und der Nasdaq stieg um 1,13%. Der Nebenwerteindex Russell 2000 legte um 0,5% zu. Die Stimmung im Technologiesektor wurde durch die gute Performance der Aktien von Microsoft und Nvidia gestützt, die auf neue Rekordhöhen kletterten. Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute höher gehandelt, nachdem die Wall Street gestern eine positive Entwicklung gezeigt hatte. Der australische S&P ASX 200 legte um 0,3% zu, der koreanische Cosby stieg um 0,7%, der indische Nifty Fifty legte um 0,4% zu und die chinesischen Indizes gewannen 0,1 bis 0,6%. Der japanische Nikkei war mit einem Minus von 0,1% ein Nachzügler. Die DAX Futures deuten heute früh auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Kassensitzung hin. Der US-Dollar gibt angesichts des Rückgangs der US-Anleiherenditen weiter nach. Der Währungskorb US-Dollar Index ist auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten gefallen und versucht, die Unterstützungszone bei 103,35 zu durchbrechen. Der iranische Ölminister Ovjai sagte, dass die Ölproduktion des Landes bis zum Ende des ersten Quartals 2024 voraussichtlich 3,6 Millionen Barrel pro Tag erreichen wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden ihr Ölförderziel im Januar 2024 auf 3,075 Millionen Barrel pro Tag erhöhen. JP Morgan rechnet mit einem durchschnittlichen Brandölpreis von 83 Dollar pro Barrel im Jahr 2023. Der Durchschnittspreis für 2025 wird bei 75 Dollar pro Barrel gesehen, da die Nachfrage nachlässt. Aus dem Protokoll der australischen Zentralbank Reserve Bank of Australia, RBA, geht hervor, dass die Bank das Risiko eines Anstiegs der Inflationserwartungen für Australien sieht, wenn die Zinsen nicht erhöht werden. Außerdem sagte die Bank, dass die Inflationsprognosen der Mitarbeiter von ein oder zwei weiteren Zinserhöhungen ausgehen. Die wichtigsten Kryptowährungen geben heute nach. Bitcoin fällt um 0,2 Prozent, Ethereum wird um 0,4 Prozent niedriger gehandelt und Dogecoin fällt um 1,1 Prozent. Energierohstoffe werden uneinheitlich gehandelt. Öl fällt um 0,4 Prozent, während die US-Erdgaspreise um 0,7 Prozent steigen. Edelmetalle handeln uneinheitlich. Gold steigt um 0,6 Prozent, Silber handelt 0,9 Prozent höher, Platin fällt um 0,3 Prozent und Palladium bricht um 1,2 Prozent ein. Heute Abend, kurz nach 22 Uhr deutscher Zeit, wird Nvidia seine Quartalszahlen veröffentlichen. Nicht nur wegen der großen Marktkapitalisierung des Unternehmens von 1,22 Billionen Dollar ist dies ein wichtiges Ereignis. Mehrmals in diesem Jahr hat die Aktie die Euphorie um das Thema künstliche Intelligenz angefacht und oft den gesamten Technologie-Aktienmarkt bewegt. Die Börsianer werden ganz genau hinschauen, ob Nvidia die Markterwartungen erfüllen kann und auch eine gute Aussicht für die nächsten Quartale geben wird. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.